hallo und herzlich willkommen zur neunzigsten folge let's play minecraft und wir sind hier schön aus dem leder gerade aus dem leder schon aus dem ende gekommen und wir haben gerade vor haben können wir nicht so viel als haben wir nicht so eine reicht erst mal wir schmeißen das mal schon wieder der ja wir wollen jetzt erst mal ein bisschen in solche reinschmeißen das kann da rein das kommt in die kiste das kommt hier rein die tue ich hier rüber dahin da die nämlich mitkommen dann brauche ich hier diesen bogen zum beispiel nicht den brauche ich glaube ich auch nicht die abos brauche ich nicht einsteck den bräuchten nicht das boot brauche ich nicht das kann ich aber wegschmeißen ich habe schon genug der wir gehen jetzt schön in dusen in dusen in dusen neta wie cool erst eine bälle geworfen so wird nämlich hier ich glaube ich ziehe mir doch noch meine schuhe an am ist die jener gleich geburt genau hier hat mir nämlich vielleicht hier lang die ist das portal das was ich in den letzten folge ausgeschnitten da gehen wir nämlich jetzt einmal schön entlang und zwar sind wir nämlich genau hier wenn das wenn ich es nicht verwechselt habe genau hier sind wir schon direkt unser portal hier gehen wir nämlich direkt schön in unser portal rein und werden jetzt genau unten am spotter ankommen und da können wir gerade direkt ins entlaufen und ein bisschen zweit gesprungen das ist ja jetzt direkt direkt falsch geworfen sollte man ja gut wir haben ein bisschen dabei wasser einmal nehmen wir uns auch mal hier mit den zweiten habe ich auch dabei wunderbar wir sind nämlich jetzt auf der suche beziehungsweise auf dem weg genau hier in das zu dem portal und dann werden wir nämlich einmal rüber gehen so kommt er kann ich auch nehmen zum bauen jetzt habe ich natürlich keine baumlöcke mitgenommen so so jetzt drücken wir mal f3 dann sind wir hier bei minus 8 7 7 mit 9 und minus 6 4 8 doch da ist schon mal eine festung aber die bringt uns glaube ich noch nicht so viel aber ich habe mich nicht so viel wird für mich jetzt hier verabeln so in der hoffnung dass ich weit genug kommt ja wohl auf der suche ich würde sagen wir hatten mal kurz oder warte mal ne die erste festung geben wir noch ein ich sehe schon direkt die nächste festung da hinten aber ich weiß noch nicht ob da ein schiff ist sieht der mich noch nicht so aus doch da ist ein schiff geil haben wir direkt von uns also erst entweder geil endlich endlich ist geschäfts die es wäre schon mal sagen sogar so gibt es glaube ich nur einen sprung der schafft man nämlich normal nicht so 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 genau der entsprung schafft man nämlich mal nicht meine schule kauf gegangen ja gut das nicht schlimm die nämlich mit habe ich eingesammelt ja weil ich glaube die kann man nicht gerade haften und das wäre ja schade wenn ich die nicht haben könnte so 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 jetzt muss ich nur gucken wo ich herauskommen ich würde sagen sie uns warten mal gucken wir wohl das eine links ist keine ahnung wo die sich hinter über die jetzt müssen überlegen welche richtung das war ich glaube es war die richtung durch das eben gesehen habe ich würde sagen wir sehen uns gleich wieder wenn wir bei dem bei der festung sind so wir sind bei der ersten festung aber das ist halt nicht die wo mir eigentlich hinwollten verdient habe ich irgendwo da hinten noch jetzt müssen wir erstmal den eingang suchen natürlich auf apple und da sei gerade gedacht wäre jetzt gestorben hätte ich mir alles wieder gegeben aber alle besuchen sommer sind dann aber die 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 so ich will jetzt aber allerdings hier rein ich kann mit vier dingern kann ich ja nur zwei kisten machen das noch ein bisschen wenig sagt mir ja was mir geht es wieder so ein nervigen turm auch so 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 komm treff mich ich will auch nur getroffen werden komm ich will nämlich da oben nein 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 ich will nicht weiter hoch ich will nicht weiter hoch boah sind hier viele ach du scheiße jetzt war ihr bisschen entspannen komm jetzt habe ich wieder bekommen das levitation 321 go so hier ist nicht jetzt wenigstens nicht ganz schlimm neun ich will nicht hoch ich will nämlich das ding einsammeln ich will nämlich gucken wo ich etwas kriege kommt sie durften springen oder was das ist noch so ein rotum oder was ja tatsächlich so Aquain findet die sehr gut. Nehme ich alles mit. Und Smidia nehme ich auch mit. Effizienz 5 Mending. Oh cool. Nehme ich mit. Ist ja quasi geschenkt. So hier das auch wegtun. So und wo gehts hier hoch? So erstmal kurz einbauen, dass ich hier wieder regenerieren kann. Ach komm. Ähm, Levitation 321 go. Warte mal, habe ich eigentlich die Axt dabei? Ja, habe ich. Hoch. So, jetzt gehts. Ach komm. Ne Endergister, aber ich habe keinen Silktatsch, glaube ich. Doch. Ne, doch habe ich. So, da ist natürlich nichts drin. Wäre ja auch. Oh, guck mal. Hätten wir sogar Silktatschü gehabt. Äh, ja, Gold. Das rein. Da können wir doch schon mal hier etwas reinschmeißen. Das raus, das raus, das raus. Das kann raus, das kann raus. Ne, die brauche ich noch. Gut, dann teleportiere dich weg. Dann baue ich mir trotzdem die Kiste ab und zwar mit Mending, Fortun, da ist der Iktatsch drauf. Sag mal, wo bist du denn jetzt eigentlich hinterbordiert worden? Ich glaube, ich will nur die Kiste haben. Dankeschön. Neun, schnell hier rüber. Ich wusste nämlich nicht, wie lange mein Effekt noch hält, deshalb muss ich ganz schnell raus. Also hier unter Dach. Hallo. So. So, jetzt muss ich mal gucken, wie komme ich am besten da rüber? Kann ich hier rüber springen? Jawohl, perfekt. Hoch. Hier ist aber nix. So. Acht, sieben, sechs, fünf, vier. Nö. Nö. Ach, der Witz, hab ich mal Wasser, nicht mehr. Aber ich hab natürlich das Wasser. Bam. Da. Nein. So, jetzt kann ich nicht mehr so viel levitieren. und da ist sie fast schon die erste elytra so wir holen uns natürlich erstmal die kisten zwei emeralds besinnen eisen rüstung effizienz 4 auch hier guck mal dann die mal kurz platzieren da können wir das hier reinschmeißen das heraus die raus das weg da ist die limit so zuschauen woher die ganzen sich in der porti teleportieren weil ich will nämlich hier diesen dicks haben der kopf sehr gut wie meine rüstung hat natürlich schon viel ausgehalten so jetzt muss ich nur überlegen von wo ich gekommen bin zum ersten mal mein wasser glaube ich wieder dass ich wieder mein vollwasser einmal ab aber ich kann jetzt fliegen auch wenn das viel von der haltbarkeit wegnimmt so jetzt fliegen mir ganz kurz gucken wir erstmal welche korte also welche richtung wir richtung sporen quasi wieder müssen ne hier will ich nicht rein also und zwar richtung 800 also 800 geht in die richtung und 600 das heißt in die richtung ah jetzt sieht man es auch genau da sehe ich jetzt auch den weg da muss ich jetzt hin ich habe halt jetzt leider keine raketen dass ich mich irgendwie borden kann aber ich würde sagen sobald wir angekommen sind beende ich dir vor ich würde sagen wenn es dir gefallen hat guck da ist nämlich die festung die zweite hui dann lasst du eine positive wertung da wir gehen hier nochmal in die festung rein und bis später und zunächst folge tschüss lebe bl arg bl bl